ja hi und willkommen mein name ist da die röpe und ich begrüße euch zu genshin im tag ja ihr fahrt euch bestimmt was genshin impact als video und nicht als stream da ist ein bisschen komisch ja die sache ist die die ganzen legenden aufträge die mir ja noch fehlen das war der falsche datia nein leute hier mein gott wir haben ja noch eine menge sachen die wir erleben können außerhalb der story die story dauert ja immer ewig bis sie mal weitergeht und ja wir haben eine menge das sind die gar nicht hier die legenden aufträge meine ich davon haben wir ja noch eine ganze menge sieg für uns gerade in der gatsche ich glaube noch gar nicht dass ich ein stream gemacht habe während die gatschen laufen waren und ja wir haben ja noch hier die ganzen liga die ich irgendwann machen will wenn dann aber noch hier die ganzen dinge und die dauern ja alle nicht so lange das sind diese ganzen quest für die vier sterne charakter wofür wir schon zwei gemacht haben und ja für die extra jetzt noch mal streams machen finde ich ein bisschen weil ich sinnlos weil die dauern alle mann also jeweils eine stunde deswegen dafür extra stream zu machen finde ich ein bisschen doof man kann auch zwei oder drei machen aber trotzdem ich habe gedacht ich nehme die einfach mal so als videos auf kann man ja auch mal machen wenn ich irgendwann beim stream hier diese aufträge mache irgendwann mal oder die story quest weil uns dort hat ja ist viel zu lange mein gott und ja ich gebe euch meinen tipp für wen kann für welchen charakter wir hier die story quest machen ja gut wir haben ja für für barbara und für für jungen bisher gemacht bei mann und ich habe mir gedacht wir machen wir heute für fahrer sagen außerdem habe ich mich doch entschlossen die gatsche ein bisschen zu spielen ich will versuchen für sieg wenn zu polen sie hier ich habe dafür gebe ich aber später irgendwie glaube ich das herz im hintergrund mit der mit der frequenz aus der witz gaming dabei also der kollege da auf rechten seite den ich habe das ist natürlich auch nicht schlecht der grund einfach nur ich wollte gatsche spielen deswegen habe ich gedacht ich nehme heute noch mal ein bisschen auf ne außerdem ist so ein zero angefangen letztens vor ein paar tagen da habe ich nicht so viel glück deswegen muss ich mir mein kick irgendwo anders holen nein ich habe irgendwie gehört was in der nächsten gatsche soll es vorkommen da ist auch ein charakter bei den ich unbedingt haben will aber das sollte eigentlich wenn ich nicht absolutes pech habe funktionieren so von der menge der urgesteine die ich im moment habe aber ja guck mal wie das hier so abläuft aber wir konzentrieren uns erstmal hier drauf wie die legenden aufträge dauert immer so ungefähr eine stunde ich glaube letztes mal von barbara und für jungen die haben jeweils immer so weniger als eine stunde gedauert deswegen passt das eigentlich so perfekt für eine part länge anstatt jetzt die extra dafür den dings zu machen und wir machen mal den für fausern schwer zu heilen den namen bei über fausern weiß ich noch gar nichts story mäßig weil wir sie noch nie in der story oder in einer anderen quest bisher gesehen haben also wir haben es jetzt noch nie fausern irgendwie zu gesicht bekommen ich habe sie einmal zu gesicht bekommen während während eines events da wurde es mir auch so vorgestellt dass er so wie in one piece neben karakter zum erstmal aufgetaucht da kommt da so eine kleine textblase oder so eine gelehrtin von sumer und so ne da weiß ich gesagt aber der lieblingscharakter bisher ich will sie klasse den kurse sein sie ist auch ein bisschen wie sie hat so eine freche persönlichkeit glaube ich ne und weil sie sie ist ein bisschen ich alles was ich weiß ist dass sie irgendwie eine ruine gefangen wurde vor 100 jahren irgendwie und sie ist irgendwie über 100 jahre alt aber weil sie irgendwie gefangen war für 100 jahre sieht sie immer noch so aus wie sie jetzt aussieht aber sie tut sie tut sich trotzdem irgendwie wie so eine omi irgendwie benehmen so glaube ich von dem was ich so gehört habe was ich so gesehen habe von ihren von ihrer charakter stories und so hier die man nachlesen kann weil man sich nicht alles deswegen bin ich mal gespannt was es mit ihr auf sich hat und wird wir über sie alles herausfinden da würde mich schon gerne interessieren sie ist auch einer meiner lieblings vier sterne charaktere und ich mache das halt in dieser reihenfolge hat ne ich habe mit barbara und junjin angefangen auch meine lieblings vier sterne charaktere deswegen dementsprechend auch jetzt das nächste frau sagen also das kann man was hier los ist das sind ja diese visual visual ähnlichen quest hier ich bin ich ich bin ich doch kohlen nicht in die tschuze die uka hat das kann ich kimi hittolide senpai nie an die kassel noch ein bisschen nur in an die daten von johann versuch mirke bonjour was wollte ich sagen ich so gelangen weil aus vergessen von meinem charakter hier die dings zu ändern kann ich eigentlich ändern ich würde ja sowieso schneiden vielleicht auch ich weiß mein charakter sieht man zwar die ganze zeit nicht aber trotzdem wird er gehört einfach nur die farbe von meinen event zu ändern je nachdem wo ich gerade bin wahrscheinlich von akademie verboten wurde wer ist sie überhaupt sehr erfahren letzten 100 jahre ist sie etwa kein mensch jetzt tun wir schon direkt die information abklappern ich wusste ein paar jahre ein paar jahre ein paar jahre in der die 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 das ist klasse 50 so ich sie herbitten Ja, aber sie nicht da war. Ich habe ich auch noch nicht. Der ist auch in der Standard-Gacha. Das muss ich auch mal irgendwann bekommen, ja. Äh, vielleicht hat die Akimini etwas bemerkt. Der Trailer ist übrigens auch voll witzig. No sense of respect. Hm, war ich doch gern. Alles klar. okay ich hoffe wir sehen jetzt hier ein rest noch pausa gegen euch beiden aber ich kenne ich fausa noch nicht aber ich muss erst mal das wäre mein charakter hier die farbe ändern das ist mir nämlich wichtig dafür muss ich einmal kurz zu einem dinge hier weil dann fühle ich mich auch nur komplett immer ist ich diese mero klamotten land ab das kann ich nämlich grün war voll wichtig für mich ist das wichtig okay ruhe okay so wo muss ich hin da muss ich hier ja ich weiß ja doch gerade einmal Achtung wie sie bisher noch in keiner einzigen quest vorkommen wir treffen sie wollte ich zuerst mal diese nebenquessier komisch verpasst oder jeden anderen vier sterne charakter triffst du jetzt mal irgendwo so eine story krieg bekommt irgendwie wieder ein bisschen spotlight glaube ich in der nächsten version sie hat auch nicht so dick fest ihr ihr mieter schluck ein bisschen nicht heres session so machen sie höse doch johin noch hier werden nicht ja nein nein die man eine dominion die sache nunme die geschehen um die keine ja ja Was ist so jung? Was? Was ist das passiert? Ich weiß nicht, was ich noch nicht interessiert. Aber... Farzan, hast du gehört? Omo... O? Das ist eine gute Freundin! Wie ist es eine gute Freundin? Wie ist das? Es ist gut, Farzan. Er ist wegen des Ursprungs-Krack-San-Naridevi. Du hast schon lange lange geblendet? Ich habe die Beleidung in der Augen, aber ich habe die Beleidung in der Augen. Ich habe die Beleidung in der Augen. Nein, das ist nicht. Aber nur meine Erinnerung ist schlecht. Ich habe keine Ahnung, dass ich mit einem Lehrer nicht so interessiert habe. Ich habe mich sehr interessiert, aber ich habe mich sehr wichtig. Ich werde es auch auf den Tineri-Krack-San-Naride-Krack-San-Naride-Krack-San-Naride-Krack-San. so gut auf einmal ich kann zu lernen frau seit ewig kein mein team ich habe Ich weiß nicht, was ich? das ist doch länger so schön dauern gibt schon wieder so viel texte das hat anscheinend nichts mit einer sache zu tun etwas sagen was ich kurz mit collage sprechen was ich möchte ich kann bei was die situation damit sie nach paris ja ich werde bleiben und frau faros an helfen warum sie so voll freudig zu ihr lass mich zuerst schauen wie es bei ihnen aussieht dieser superliebste ihr was sie hat dies nur gruselig gegenüber anderen leuten anscheinend sie haben sie wieder sie haben sie wissen ich bin ein meister ein problem ich würde sagen baulehre hat sie nicht irgendwie so hat mit mechanischen konstrukten oder so zu tun nur gesagt dass seine meisterin der verrichtung bis ich bin Aber das ist das Thema der Anfragen, die ich noch nicht mehr überprüfen, um die Anfragen zu machen. Wenn die Anfragen noch einmal an sich um die Anfragen zu machen, dann würde ich mich wiederbekommen. Das ist anders. Sie haben einen Anfragen von der Anfragen, von der Anfragen. Sie haben einen Anfragen, die Anfragen des Anfragen. Sie haben auch eine Anfragen-Achand-Achand-Achand-Achand. noch die ganze zeit hier sein was so die sache mit dem gemeinschaftspreffer jetzt nicht erst einmal doch Sie müssen jung lernen. Sie müssen unheimlich sein. ich möchte auch was tun steht voll auf mich okay da muss schon mal ein ding ist klar ich wieder beste ergebnis als erstes finde erreiche meine ich so Das war's für heute. könnte sein dass ein forschungsprojekt schwerfinanzierbar ist okay 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 wo ist das hier ja mal los wo wir gelehrt durch die gegend geflogen so wir werden ja eine menge andere mpcs ja aber quatsch no ich so krönig war fahrsam ja 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 Ja, ich bin Farzan. Das war gut. Wir haben hier ein paar Tage, die wir kümmern haben. Wir haben auch noch ein paar Erkenntnisse gemacht. Aber wir haben es sehr einfach gemacht, dass es nicht so einfach sein kann. Das war es so einfach, dass es nicht so einfach sein und so einfach nicht so einfach sein. Was heißt das? Diese Teig-Ganggüse ist für die Zukunft zu erledigen. Wenn es einfach so einfach sein, dann nicht so einfach sein. so ich mehr bezahlen wie wäre es mit einem so Ich habe das erste Mal, dass ich an der ersten Karte hatte, es gibt viele verschiedene Karte, aber auch viele verschiedene Karte. Das kann ich nicht mit einem Schwerpunkt nutzen? Was das für eine Karte? Das ist mir nicht mein Schwerpunkt. Ich habe nur den Karte, die ich alles aus dem Kartei hatte. Aber wenn man so sagt, in der ersten Kartei war es sicher so. Pente, Kami und Hase, Ich werde es mit dem Kartei herausfinden. Hast du schon eine Idee? Das ist der Kartei. Ah, natürlich. Kartei, bitte. Fausern beginnt zu zeichnen und auszuschneiden. Ah, dieses Rätsel. Ja, man muss versuchen, alle auf die gleiche Seite zu bringen. D jagst... Und das Fault von Kartei. Wenn das vor der Kartei herausfinden kann, wer die Kartei zwingt, die das mit dem Kartei einzuführen, Das sind die Kartei. Aber die Kartei-Kartei glaube ich, wie man spürt. Das ist für ein Kartei. Der Kartei der Kartei in der Kartei, man muss mit den größen anfangen du hast ähnliches gast mein neid auf die alte pappe glaube ich so ein rätsel aber so ist nicht so einfach die freiwilligen herrwein versorgen erklärt die regel würde ich jetzt auch gerne spielen also für andere spielsachen ich glaube wir gehen stapelturm zu spielen Ja. die kinder verzweifeln oh mein gott ich soll auch machen aber bitte nicht dafür die ewigkeiten 127 180 bestimmt irgendwas durch sieben teile 136 180 100 züge oder nachzüge jetzt wahrscheinlich irgendwie ein tipp so ich glaube da waren vier dinge gestapelt man darf irgendwie nicht mehr als ja aber nur weil man hat so schnell wie möglich erledigt ne ich muss nicht noch mal zurückgehen und die richtige antwort geben richtigen stange zu bekommen schon nach ende eines einer der ausgänge die nächsten bösewächte in diesem spiel setze ich einfach dieses rätsel vor so Ja, Lüßbäder. muss ich kann gar nicht aber noch die zwei jahre so dass die jahre war juli okno brennt ja war zu mir das ist ja noch nicht so dass ich in zwei tagen wieder ich soll doch jetzt so kommen ok verlassen muss schon der erste ausgang übrigens über die bauleere ja 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 Warum muss ich dann nicht mit ihnen einschließen? Ich habe gerade darüber nachgebracht, man hat mir meine Wahl, ja. Ich habe ja gar keinen Stangen mitbekommen, aber... Wenn wir die Zusammenarbeit mit dem Thema übergehen, dann können wir die Chiron-Ha und ich, wenn wir sie sofort anzupassen. Das ist schon eine Idee. möglichst verständlich sehr gut ok warte zwei tage ok ok dann trinke ich mal kurz einen schluck es halt besser ein paar daraus zu machen anstatt irgendwie dafür so eine quest hier ein stream zu machen wenn ich auch irgendwie weit von genshin immer hab wieder ganz schön habe ich nur konzentriere ich mich mal auf die story und so jetzt noch die story die legenden aufträge und und die companion question ist ein bisschen zu viel deswegen turma einige sachen davon aufer nehmen ich hätte eigentlich gar nicht mein layout hier rüber packen sollen die manneken die ganzheitlichen bildschirmbanner so war jetzt habe ich das schon ich habe das ganze zeug also man sollte nicht benutzen ich muss ja noch mal aktualisiert ich habe schon viel mehr charaktere schon ewigkeiten ja seit ich dann hier irgendwie hinzugefügt ab und So, wenn ich diese kleine Schrake benutze, dann wird ein Schmähl-Rose ausgesucht werden. Ah, das war's. Ich dachte, dass ich nichts mehr ausgesucht habe. Das ist ein Schmähl-Rose. Wenn ich ein Schmähl-Rose ausgesucht habe, dann kann ich ein Schmähl-Rose ausgesucht werden. Wenn ich das nicht schmähl-Rose ausgesucht habe, dann kann ich ein Schmähl-Rose ausgesucht werden. Lipsync auf einmal so gut. Die Story ist doch nicht so gut. Vor kurzem verbessert. Und das hat nur in diesem Quest. Da wäre ein bisschen doof. Warum denn in diesem Quest von allen Sachen? Der Grund ist, dass die Sachen mit dem Schmähl-Rose ausgesucht werden, dann ist es etwas wichtiger. Das ist gut, aber ich habe auch noch viel zu spielen. Ich habe auch noch einen Schmähl-Rose ausgesucht. Ich habe auch noch einen Schmähl-Rose ausgesucht. Wenn ich das nicht so gut für die Kinder habe, dann wird es auch gut für mich sein. ... ... Ich habe auch noch einen Schmähl-Rose ausgesucht. Ich habe euch in der Schmähl-Rose ausgesucht. Ich hab sofort ein Schmähl-Rose aufgesucht. Die Präsentation geht weiter. Ja. 本当にもっと飛んだ! ファルザン先輩、 教練院では髪の折り方を教えてくれるの? もちろんじゃ。 学者になれば、 知りたい知識を心ゆくまで探求することができるぞ。 その時、もしお前たちが希望するなら、 わしの生徒にしてやっても構わんぞ。 でも、お父さんとお母さんから聞いたけど、 教練院には6… いや… 7つ? の… 違う学院があるでしょ? どの学院に入れば、 このような知識を学ぶのかしら? ギミック作りとか、 髪の髪を折り方か? うーん… それは少なくとも、 ハルバタット学院ではないと思うが… 俺聞いたことあるぞ! ミョロウハのクシャレバー学院に入ればいいんだ! うーん… うーん… 将来俺はミョロウハに入って、 もっとすごい髪を作るんだ! もっとすごい髪を作るんだ! もっとすごいキニックを作るんだ! 実は、ミョロウハ以外の学院にも、 それぞれの得意分野があるんだよ! 例えば、チロウハ… ミョロウハのクシャレバーの学院にも、 たくさんの大変だったんだったけど、 それが、 schon eher der beste ausgang der spieler war ja schon so lang ist weil ihr könnt ja relativ schnell vorbei sein wie bin ich nur dekoration in dieser quest ja damals schon eins hey gerne erinnern und ihre baumschule so lange freunde und so lange du freuen uns stehen doch wissen dass spielt es keine rolle bei mir oder bei jemand anderem studiert so ist das hier schon so weit wie möglich gewesen weil kam mir relativ weit vor näher da geht es doch irgendwo weiter so jetzt muss man zurückgehen ob ich denn hier schon dann konnte ich denn hier schon machen wir mal zurückgehen und die anderen dinger erkunden hat jetzt doch 45 minuten gedauert aber ist trotzdem noch relativ kurz da schon die erste begegnung so was denn hier wenn man sich als ja vielleicht mal angucken soll was ich da gewählt habe mir kommt da eine idee doch länger dauern das ist aber sie überreden mit uns zu kommen also die darin möchte sie in der tat vor einem akademischen austausch einladen stimmt die nahe weil er glaube ich auch irgendwie mal in der akademie ne das ist doch nicht gewöhnlich sie kann mir sie kommen mit mir Farlsand-Sempai war selonha no kinkieler amari kakowari o motte ira schiai masejone it ain't nani o kinkius siren desco sie joo ga kinkius tai no zin zidou kanga ich kake ja zin zidou kanga ich kake a soja so kubitz no siel ja ksetz ni ojite atailu mizno rio ojidotekni cho se wir nennen es sprinkel ja weil sie auch noch nicht erfunden ist der handlung schon vorbei wenn wir sie zu ihre hände einfach aufhören in ihren ärmel die gelehrte verschwindet von der zweifel gut dass du so schnell reagiert ja 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 Ja. fuß und ich habe ihn sehr firm in den hintern von diesen blöden gelehrten so geht auch noch weiter jetzt gehen wir nach zutatari zurück die die da so so Das ist das Wichtigste. es gibt ja noch besser so als irgendwie zu streamen ich bin irgendwie besser also je nachdem wie lange hat er dauert man sollte eigentlich nicht so lange dauern kakata warte mal den haben wir glaube ich aber den finalist kennengelernt genau ich glaube ich gefunden irgendwie ihr fest gar nicht öffnen können seine wie seine alte man glaube ich war dann ewigkeiten einige sachen gelockt sind bevor vor irgendwie weil ich die aktivieren kann ich muss hier erst mal freisch an die quesst du mein wachst du siehst du mein wachst du mein wachst du mein wachst du Ich habe mir schon eine Krankheit geschickt. Ich habe ein Problem von Soron-Pfond. Ich habe meine Energie- und Gebrauch-Module über die Energie- und Gebrauch-Module gemacht. Aber ich habe mir das Problem, als ich, wie die Schuhe der Kugel-Lette habe. Ich habe meinen Gehirn, dass ich den Kaka-Tlen-Pfond nicht so verletzten, dass ich nicht so verletzenehme, wie es nicht so verletzenehme. Aber du hast du mit Farzan-Pfond, dann kann ich es finden, was du mit dem Problem? Das ist ein Problem. ich bin du ich weiß nicht warum ich jedes mal diesen blöden witz mache ich wollte auch mal nach ihre geschichte fragen perfekt 100 jahre lange eine ruine gefangen worden irgendwie so weit in der art war ein paar 100 jahre mit einer die etat oder sie sind gerade selber die etat oder juli mann doch sie kommen alle teiter so honger tic setz kann man sich nicht gefangen Wenn ich meine Frau vor dem Sieg sagen, dann war es ein Schrauch, ein Schrauch, ein Schrauch im Hintergrund. Ich habe die Schrauch, schlussend, um die Schrauch aus dem Schrauch zu entfernen, und ich habe die Schrauch, aber es ist alles klar, nicht so. Das war das, bis ich die Zeit, dann habe ich auch noch den Schrauch, Ah! Oh! So, wie gesagt, ziemlich krass war, mich die noch einige zwei historiose auftauchte ihre Ich habe sie nicht nur die Mache gesehen. Die Art und die Ausbildung waren nicht anders als 100 Jahre, aber ich habe das Gefühl, sie hat nur noch ein paar Sätze zu sprechen. Ich habe sie wirklich lange überrascht und aufhören, dass sie endlich sprechen können. Die Lehrerin hat, wenn ich die Hände zu fahren, sie hat einen Farsan, die die in einem Garten in einem Spalz. die kreise niemand hat sie gefunden sie können 100 100 100 100 100 100 Ufff. Hm. Sie sehen auch ziemlich geistig gesünd aus dafür. Ich denke, dass ich einmal die 100 Jahre lang verlassen werde, und werde ich herausfinden in den Versuchungen. Das ist ein Mensch, aber ich glaube, wie man das versucht, dass er sich um die Möglichkeiten zu erleben. Und bei mir, was das nicht zu bewältigen ist. Also waren sie nur ganz genau die Erfahrungen, und die sich jusquegen für Smeale zurückgezogen, uns learned nicht zu nachdenken. wo akimena kattah die die noch hänzern ja kürzülle ecken noch kürzülle senpai war immer noch kürzülle mit täschte ihre ihre monge so renni kürzülle in der senpai nie taisst du hin am oberen kann sich dann ist noch die da in die oberen eine von bester ist eine 3f fische fahrsan vor jena war noch ein vierter charakter mit der mit f anfängt verstanden von vierten charakter mit f ich war ja interessante charakter warum kommt sie in der story nicht vor oder oder wird irgendwie erwähnt oder irgendwie soll sie könnte ja doch nicht mal fahrer sein seien sie können irgendjemand anders sein so ich da verstanden sie hat tatsächlich ersatzteile gesammelt ja die maschine genau naja jetzt ja genau weil dieser mann der schon tot war und der roboter hat gedacht aber wenn ich die ersatzteile bringen dann kannst du dich wieder reparieren so wie du mich repariert hast mit diesem ersatzteil ich habe gefühlt das beste ergebnis war hier erfahren wir was aber fahrer sein Aber jetzt haben wir die Energie und die Energie verwendet. Energie verwendet? Energie verwendet? Zum Beispiel, dass der Körper der Körper mit den Hügel und den Hügel verwendet werden kann. Aber wenn der Körper der Körper größer ist, dann wird der Körper größer. Wenn der Körper der Körper größer ist, dann wird der Körper sehr schwer, und dann wird der Körper größer. Deswegen hat er diese Herausforderung vorgebracht. Ich habe noch nie einmal gesehen. Es ist ein Problem. Das ist ein Problem. hat sie in fünf minuten finden das war wieder zurück diese quest von fausa gar nicht jetzt machen können ohne dass ich die nariz doch ein bisschen länger dauern ist ein etwas späterer charakter als barbara und yunjin ist nämlich aufgefallen die story quest von den älteren charakteren die damals schon rauskommen sind sie sind sehr viel kürzer weil barbara quest war irgendwie nur so 50 minuten also mit allen ausgängen irgendwann ist ganz schön anhalt durchgedreht hat die dialoge viel zu lange gemacht wo ist archäologie trupp jetzt stationiert noch mehr leute vielleicht habe ich auch die ganze zeit nur die längsten ausgänge gefunden einige sind richtig schnell nur irgendwie alle umgang anscheinend so reni o mani war johrein gano poste kreta monday o kai kisht mora want to eatan johrein no monday それは hoca no hito ni hitz ee dan ja na kata no mate yo masaka kwa shiko a korei kara kiki nasai omae no kongka y no schick daisha tanoshimi ni okay und dann mal los da nehmen wir noch ein bisschen holz sammeln mir fehlt die ganze zeit irgendeine holz aber ich weiß nicht welche ich jetzt alle bäume immer jahr hat sich nach kampf aus er ist ja nicht der boss also dieser dieser dach im baus dieser mechanische drache man nimmt sowas von gleichem kommen kommen das ist eine gelehrte der akademie ich weiß nicht das ist das ist was das ist das ist das ist Das ist ein kleinerer, was ich anstatt. Das ist ein kleinerer, was ich anstatt. Ich kann euch anstatt. Der Läuert ist nicht in der Karten, so bitte schnell. Wenn du dich anstattest, dann wird der Läuerts. Das ist ein kleinerer. Ich bin der Läuerts. Ja, das stimmt. Wenn du etwas anstatt, dann wird der Läuerts nicht mehr von dir kommen. immer noch nicht kackt der johannes ja 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 die entscheidung ich dachte mir die entscheidung treffen wir mit barbas fans damals wenn wir die ruine wieder finden wir sagen von namen nicht vorstellen und ich aus jetzt werden die spielbar charaktere dann geht sie jetzt zurück zu genshin da sie sich die charaktere alle mit den gleichen modellen hier ist schon so frustrierend maschine aus der legende wir möchten etwas mehr aber diese ruinenwanderer legend die 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 Aber es gibt noch viele Jahre, die die Angelegenheit zu sehen. Sie haben einen Menschen, die die Angelegenheit zu sehen. Sie haben auch viele Menschen wie ein巨人. Sie sind auch auch ein Wunderschön. Aber warum sie einen Angelegenheit an sich an, was es nicht. es ist so was gegen den kämpfen so schwierig aber nur gegen paar normale oder wir müssen verprügeln er hat so eine typische verprügelt mich stimme aber ich habe noch nie gesehen, dass ich noch nie gesehen habe Oh? Sie haben auch keinen Preis? Ahaha, das ist keine Grunde. Ich habe diese Leute, wenn sie in der Arbeit haben, so können sie auch so vieles sein. Hä? Ahaha, das ist alles gut. Ich werde jetzt in die Arbeit zurück. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Das ist ein Problem, nicht wahr? senpai dati mo bono chakri hittoban ojasmini natte wa ikaner des kochen koto amata as fara shimashow jordos okolimurabito no qqo tento gar ります so macht der war ein bisschen kein bisschen dann traue ich da überhaupt nicht warte mal ich kann mir ein zelt mit verhause haben zuerst ein paar minuten getroffen ja vor einem jahrzehnt deswegen sind wir hier eine regenerations verrichtung diese mechanische lehmzonen die du gesehen hast der mechanische lebensform vor 100 jahren und die gibt es nicht mehr warum gehen wir nicht gleich hin und suchen das der muss definitiv der längste so lange ich mich nicht wieder schleichen muss wie in jungen story aber voll schwierig als die nacht für finster dritt ein leites geräusch aus der ferne zu euch ich muss mich jetzt schleichen mann kein problem geht zur ausgabung stelle ok ich habe eingehen ich habe ich bin ja da noch kenton ist meine kürtel noch katastik amada oder nackte war da ich nun katholik zu kann und enttelga sotia nie noch korte ihm was immer sünde ihre tento gar starbatter lakino moro ließkosia bräuchte schmerz an oder das hier noch ein bisschen weiter warum seid ihr dann immer noch hier diese rekte werden begehrlichkeiten ich bin ja stelle es mir zu verdächtige fragen ich glaube wirklich ich habe es nicht so gut ich habe es nicht so gut ich kann es nicht so gut ich bin hier und ich habe mich noch nicht es ist Das war's für heute. ich habe nicht einfach alle verprügeln einfach so zurückgehen herausgefunden definitiv was herausgefunden was ich mich geirrt sind hat sich bewegt was passiert ist sind hat sich bewegt oder was ist los war rosa rede mit mir weil mich ein in deinem wissen es ja es ist es ist es 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 auf es getrock es Du kannst aber Geheimschriften entschützen. viel länger als gedacht warum beginnt sich die leimschrift zu vertiefen hat und muss kussi ja so ihr gott oder wir müssen gegen kämpfen Oh ich werde es nicht mehr so ich werde es nicht mehr ich werde es nicht mehr du hast du dich ich werde es nicht mehr aber wenn du dich wieder ja doch das schimmert an der drucken sieben die tatschermelkana nennen td-sargete nach der mit einander die kai war mokin kai von muka er soll der bus hier ein bisschen heftig ... Ah, ist das etwas zählt, seine Umschreibung für Relikte? Was ist da also schlimm? Oh... Nein, das ist doch so. Aber bevor du dich abholst, hast du dich in den Strand geflogen. Deshalb, hast du dich vor allem, und ich hab dich abholst, vor allen Dingen zu untersuchzen, in die Nacht zu verstecken. Aber in der Zeit, hast du dich abholst, was du dir? Hast du mir die Frage? Ich weiß nicht, was ich verstanden? Na... was ich sagen? Ich verstehe nicht! Du bist ein Geist und ein Geist und ein Geist und ein Geist und ein Geist. Du bist kein Geist! Das ist kein Geist! Das ist kein Geist! Das ist ein Geist! Geist! Los! Geht auf! Ja! Ja! Der Tod! Fahre sein! Das ist, wie ein Mensch, wie ein Mensch, wie ein Mensch. Aber warum er sich so weit überlegen, was er nicht weiß. Der Grund ist, dass die Wege-Moder-Modelle nicht so groß ist. Es ist alles, was ich gesehen habe, als ich gesehen habe. was auch immer noch nie ... ... ... ... ... ... ... okay Was 久しぶりじゃ no 民 was se va was 0 so c i n l farl zan e 元気にしているのあなたが失踪した日から 20年以上も経った 教練員の人からは 諦めた方がいい もう希望はないと言われている でも母さんは あなたがまだ生きていると感じている この世のどこかにね あなたは幼い頃から強がりで でもどこにいても 当格を表す子だった だから今もあなたは 必死に生きているんじゃないかしら 家に帰る道を探している はずよ 残念だけど 母さんはもう あなたを迎えてあげることができないかもしれないわね もう残された時間は少ないし それが後ろに入ってきている お前らはお前らは もう残された人の人は お前らはお前らに 全てを話している でも たみみは以前と変わらず いつもあなたの行っていた場所に足を運んでいるわ それでもね あなたの先生と友達が ある方法を考えてくれたのよ たみみを改造して 私たちの代わりに たみみにあなたを探してもらうの 昔あなたはあまり家に帰ってこなくて いつもたみみに手紙を託していたわね 私たちがたみみに渡した手紙は ちゃんとあなたの元に届くかしら この手紙が届くまでに どれほどの時間がかかるかは分からないけど この手紙を読んでいる頃 あなたはきっと 帰り道を見つけられているはずよね この言葉を直接あなたに言うことができないのは 残念だけど でも お母さんは今でもあなたを 僕から誇りに思っているし 愛しているわ おかえり ファルさん まさか お前がこんな姿になっておったとは 今までご苦労じゃったな たみに お前の届けてくれた手紙 確かに受け取ったぞ 安心して 眠ると良い お前の届けた 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 静かに トーリングの届けた お前の届けた 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 山穴さんも 遺産に行った お前の届けた Auch wenn sie alle schon verstorben sind, Peter, das ist immer noch, dass du wohlbehalten zurückkehren kannst. Tomemi? Dann müssen wir auch noch aufheben, gerne an Briefe. Tut mir leid. Es ist keine Vorurteilung. Aber es ist kein Einzelmacher. Richtig, das war nur eine Einzelmacher. Es war ein einziges Mal für die Angriffskurs. Es sollte ein ganzes Problem sein. Es sollte eine Menge Wonger zu verhindern. Das war nur ein wenig, dass er die Anlegungen ausgespricht hat. Aber wir haben noch andere Anleitung gewonnen. Okay. Hm. So. Oh, dann lesen ich mich jetzt nicht alles durch. Oh, könnte er alles hier lesen. er wollte aber ich mache nicht ich würde eigentlich nur hier reingehen kurzer historik festmachen und ein bisschen katja spiel jetzt weder die auf zwei stunden glaube ich hier noch auslaufen ja da machen wir wieder ganz schön ihren strich durch die rechnung so ne du machst jetzt hier noch viel länger machst du jetzt hier noch viele zwei parten lässt so ein zero auf schon da gerade ich hätte mit fausern sprechen sollen aber definitiv eher längste der letzte handlungsstrang war irgendwie nicht perfekt ending mäßig sprich reißoffen aus was in anwesend alles erzählt was in der wüste geschehen ist so 100年前の旧友に会えたのに 一瞬で 学者としては受け入れられるかもしれないけど 友達や生徒 娘としてはね 先輩を一人にさせてあげて 僕たちはここで先輩を待とう これからは100年後の新しい友達である僕たちがちょっとは先輩の助けになれるといいんだけど yeah yeah warte ein tag was mehr als ein tag egal so aber die anderen aber auch so lange sind kann aber nicht dann sitzt ja noch drei stunden hier leute ich sag schon jedes mal in der umfrage die ja abgalten jetzt hier schreibt schon rein weniger dialoge bitte hab schon gewusst hat irgendeiner fall weil barbara jungen sind das sind schon frühere charaktere da sind wir halt noch nicht so durchgeregt mit den dialogen glaube ich ja 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 värm haben wir nicht sogar aktiviert ich meine aktiviert und ganz deutlich ja das ist ja sehr gut ja er ist das bild größer da war definitiver hat beste ergebnisse und er ist weg es ist sowas von weg da muss aber ja beste ergebnis gewesen sein so ist aber noch ganz am fahrer ist auch relativ weit im weg zeit sich zu entscheiden jetzt auch ein hat aber ich den nicht erzählen sollen okay okay verschweige die sache in anwesend einigen einiger fakten erzählt so war eigentlich schnell gehen mit den endings nimmt an wird er ja mal sache mit mb wissen bisher nur fahrer sein und ich muss anderen leuten erzählen sollte diese entscheidung sollte fahrsäule belassen bleiben hatte ein paar leute jetzt direkt noch ein ending ein bisschen blöd jetzt hier diesen einen schritt nur zurückzukellen Das war's für heute. die auch hat ja geht um ein paar jetzige johannas ja alle abgeschossen nach einigen rapporten der stahl kakata wieder einen vollen glanz sprich mir sagen bedankt sie sich weil ich den nicht davon erzählt habe es ein besseres ending da kann ich mir vielleicht vorstellen das beste ending sofort bekommen hast du nicht vor ist ihnen zu sagen ich würde es helfen wenn du es ausspricht mann tockになれて orr war懐かしい人々に関する情報はもう 一生てに入らんと思っておった 皆がどんな様子をしておったかもわしの記憶の中でだんだんと薄れていく だが 民が届けてくれた手紙のおかげで 再びそれを思い出すことができた みな わしのことを一度たりとも諦めてはおらんかった それで十分じゃ 過去に囚われてしまえばそれこそ皆の善意を裏切ってしまうじゃろ 先生も母もきっとそのようなことは望んでおらぬ それに今こうしてお前はわしの話を聞いてくれておるではないか パルディスリーのやけいはいいものじゃ ああ さんぽにつきやってくれのか それがある てぃなりとコレーにはかかと思わせを教えが安定してからまたきっかけをつくって パイルともりじゃ今はもう少し 君とももっていってくれるか Das ist ehrlich. Das war auch im brief stand So zeichnet sei es aber immer noch zwei endings nicht haben Lohnung egal Lieblingsbericht nehme ich an 2 endings 1 ist ganz am anfang Ich bin da noch nicht gemacht nach der rede Dinge schnell So hat hier Das hier Wir müssen mal Redelehrer Länger Länger so lange dort soll sich das heißt in einem part mein gott dann irgendwann möchte ich dann nur ganz schön im peck an einen tag mal klar Wenn man sich das noch nicht sagen will, dass es jemanden zu beantworten ist. Falschensgebiet? Sollte ich sagen, dass man die Pläne im Raum und die Schleifung von der Strecke auswählen kann, man kann man die Strecke auswählen und die Verkaufung auswählen. Also kann man auch die Strecke- und Strecke-Wall-Könne mit den Strecke-Wall-Könne mit einer Strecke-Wall-Könne mit einer Strecke-Wall-Könne zu erfüllen. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem, wie man in der Beziehung nicht informiert hat. Ich bin ein Problem, dass ich an die Beziehung nicht erfüllen hat. Und da, die Anfragen nicht beurteilen, sich nicht selbstverständlich sind, weil der Beziehung nicht medios- und Geist auch noch mehr entwickelt hat, weil ich nicht mehr so viel lernen muss, sondern ich habe es schon noch nicht zu lernen. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem, was ich nicht übel. Das war es besser. doch hier besser als stream gewesen so kurz gewesen habe ich gedacht dafür jetzt auch so kurz ja wass no 授業を聞いてくれる生徒が皆これのようじゃったら良かったのに so you about omae no 体調はもう回復しておるんじゃろ ということはずっとガンダルバー村に居る必要もないんじゃないのか 私 warte noch ich habe eine idee klemes lesung schreiben schreiben wir fausa muss einen neuen kurs eröffnen jawohl koreaと学術的交流を続けているとはやもう教練に属していません ですからこれも教練の学生とは呼びません so kurz unbedingt eine akademie abgehalten werden korea mit reinziehen んけいを与えるための一歩じゃん 私たちが多くのですが それは 私たちも追でもiectalk いけたのに なんだと私たちも追加した llegar dann そこに は Denn so ist angst vor farbos anzuhaben ich kann sagen schon zu dir ist ganz anders als zu den anderen gelehrten zusammen mit dem bogen durch die gegend schießen lesen lernen beide sternbilder auf level 6 so perfekt deswegen müsste ich eigentlich auch benutzen so perfekt war also eine mentorin oder studenten du hast angst vorher weil sie sich zu ihr ständen machen will klingke nach großmutter und enkelin Das ging schnell. Oh Gott, das wäre sich bei ihrem Vorgesetzten beschwert. Ich habe mein Stiletto genommen und ihn in den Hintern gerannt. Aber am Anfang hat er es genossen, aber dann war es schmerzhaft. So, also überzeugt oder erzwungen. Ich habe den Menschen Vokabeln beizubringen. Das ist ein bisschen schmerzhaftes Problem. Insofern, diese授業 ist nicht nur die Kinder zu starten, sondern bereits im Grunde genommen. Das heißt, das Ziel der授業 ist, Ja, ja. wie lernt kolle normalerweise krug haben damit haben wir die lärmethode was nehmen wir als der material warum muss ich das hier warum muss dafür noch da sein wie dann macht die geschichte schon die hunde in der schule 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 Ja. Ja. ja gut gehalten hat man ja gar nicht erfahren das ist neu das ist cool das ist ein verlustgeschäft das ist auch ein verlustgeschäft das ist auch ein verlustgeschäft das ist einfach pervers ich spucke drauf schon vielleicht gibt es ja jemanden das war als hintergrund das war vor 100 jahren noch nicht da war das kann ich denn 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 der 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 die 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 ja schon wieder gleiche vielleicht gibt's auch jemanden kann ja für den ersten blick erkannte sein neuster band ist wahrscheinlich will sie nicht zugeben dass sie bücher wie sie gelesen hat vielleicht gibt's ja jemanden hier kann man diese worte nur in solchen wissenschaftlichen ton aussprechen er ist doch wahrscheinlich noch prachtvoll klingen imari warただの文学的な表現にすぎぬと 新年の物語は実に理解しにくいの そうだよねなんでこんな変な本があるんだろう まあそれでも読み返したくなってしまうんだけど 新年の物語は実に理解しにくいの そうだよねなんでこんな変な本があるんだろう それでも読み返したくなってしまうんだけど 昔の文字の文字の文字は 今よりずっと成功に物語が作られておったぞ das beliebste wovon damals もう一つの文字が作られているね まあ Ich glaube, das ist ein sehr guter Wettbewerb. Der Wettbewerb war damals ein sehr vieles Wettbewerb. Als damals ein Wettbewerb war, das war die Wettbewerb der Welt. Es ist so viele Jahre, so ich bin wirklich gut geworden. Vielleicht ist es so, dass es dann schon immer noch mehr als damals war. Was ich in der Schmähl? Hast du so ein Buch? Ich habe mir nicht gehört. ich habe schon mal kein gutes zeichen ich habe schon mal ein paar Jahre Ich weiß nicht, dass ich das Buch habe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hjohrein hat, dass die Büchlein die Büchlein sehr schwer verletzt hat? Was ist das? 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 treasure street 100 jahren weiß niemand mehr was one piece ist oder so es ist ein buch von vor 100 jahren was an die buchstaben auf mich loskomme ich habe mich denkt es ist eine grandiose story ja 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 Das ist die 5e Scherr-R. Das ist die 5-Jer-Schwerin. Oh, das ist wirklich? Das ist驚 khier. Das ist das Wichtigste. Wenn diese Hübe kaufen, dann wird das Wichtigste. Das kann man das Wichtigste an解決. Um, die Kunde. Ich habe meine Kunde, das Kunde-Kunde-Kunst. Das war ein Bein-Kunde. Das ist eine Bein-Kunde. Das ist das Wichtigste, dass diese Hübe-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde. Vielen Dank. Das ist das, was ich? ja Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur noch ein paar Körlein, und habe nur drei Körlein gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr überraschend hatte. Oh mein. Ich wünschte es ist nicht sehr wertvoll das ist ja gerade ein bad ending was ich ja mache Es ist eine billige kopie Oh mein gott das buch ist woke nein Wer war in dieser Passage Oh mein gott das buch ist mein gott da habe ich mich echt so verlassen auf die anderen ersten beiden quesseln dauer fett ist und da hin ich da schon mal reingegangen ich glaube ja irgendwann mal ja die musik von mir aber kann vor das ist eine linie so durch die mitte des pils geht Ich wollte mich fragen, was ich zu diesem Garten ein? Ich sage das Schahari-Arle, was du? Oh, das ist Schahari-Arle. Das war schon seit einem anderen. Der Herr sagte, dass dieser Schahari-Arle schon immer das erste, so sehr gut das Name der Schahari-Arle war. Aber wenn ich mich überraschend überraschend habe, dann war das Anhaltel nicht besser, was es. Du bist der Herr? Ja, der Herr Herr Herr. Herr Herr, der Herr Herr, dass dieser Herr 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 Herr, der Herr Herr Herr, der Herr Herr Herr, der Herr Herr Herr, der Herr Herr Herr. Und das ist der Herr 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 Herr, Die Geschichte von den Schönen sind auch sehr gut. Er hat sich auf 4 Karten geschrieben, und er hat sich immer einen Schönenpfeil gemacht. Er hat sich nicht die Geschichte geschrieben, dass er nicht den Schönenpfeil nicht im Schönenpfeil war. Also, was das war im Moment? Warum wissen Sie jetzt die Geschichte von Schönenpfeil? so ich wollte gerade Aber das Ergebnis, nach 5 Jahren, hat sich die評価 angefangen. Sollte das? Das ist das, was die Geschichte von Schalli-R? Die Geschichte? Das war gar nicht so. Nach dem Zeitpunkt, ich habe noch ein paar Mal gearbeitet, aber ich habe eine neue Angelegenheit. Ich habe immer wieder verändert, und er hat mich nicht geholfen, Er hat sich nicht geholfen, aber er hat sich nicht geholfen, weil er seine Forschung verletzt. Es ist nicht möglich. Es gibt keine Schlussfolgerung. Er hat keine Ahnung, was er? Hahaha. In der Zeit der Schaharri-Arche, er hat sich nicht mehr genug gehabt. In der Zeit, Ich weiß nicht, was ich nicht genau das, was der Herr von Herrn von Herrn von Herrn gesagt hat. Es gibt aber viele Ideen, das ist nicht so groß. Er ist jetzt ein gewisser Kind. Ich habe den Art von Herrn von Herrn der Geschichte gewonnen. Ich habe auch viele Fragen zum An-Tar-Mitzen. Ich habe den Herrn, der Herr der Geschichte über die Geschichte Garten, die in der Geschichte geschrieben hat. Der Herr, der Herr, der mir schon immer aufgewachsen und ist, dass er auch die Geschichte des Herrn, die sich über das Geschichte und der Herr, der Herr, die nicht überwachen. Aber Herr, der Herr, die ich nicht überwachen hat, dass ich nicht überwachen kann, was er nicht überwachen. Oh mein Gott. ich glaube sonst nicht zu früh darüber nachdenken in dieser reihe muss sich der mode geschuldet sein egal ob klassiker oder mona schön was wichtig ist dass dir selbst gefällt eine linie durch den bildschirm geht geht nicht durch kolle und diesen typen es geht nicht um das lesen werden aber die logik jetzt dieselbe so ja na 読者の思考も時代の流れももともと簡単に 予測できるもんではない 100年前の人気と100年後の霊遇 歴史にとって100年なんてあっという間じゃ もしシャハリアールの物語が 潮流に揺らがされることなく完結まで 己の作風を貫いていれば この100年の間に再び人気が出る可能性だって アルヤも知れんかった いや たとえ人気が出なかったとしても 少なくとも 己に走ることはなかったじゃろ あれ 私たち何か思い話をしてたっけ何を言ってるのかわよくわからないが 通りにはかなってる気がするね僕もあんたるの物語を あんたるの物語を簡単に続けていないといいんだんだだ もん…それにしてですね Und was ist mit der Antaras Sage? Ja, ja, das ist auch sehr alt, aber... Was ist das? Vorher, hast du gesehen, dass du ein Buchstaben hast? Oh, ja. Aber bis dahin... Du kannst du dir ein Buchstaben für ein Buchstaben. Wenn du sehr, wenn du ein Buchstaben hast, dann kannst du ein Buchstaben haben. Du kannst du ein Buchstaben haben, die du sehr interessiert hast. Das ist ein sehr populärer Text. 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 war auch je nachdem die spiele gemacht worden oder oder war nicht die spiele die der kann dem stehen schlafen ja ja mit dem die präsentation endet enttäuschen nein so wie war schlecht ich muss mich entschuldigen ich muss mich entschuldigen ich kann auch gleich so wie auch so so wie ich mich über die ganze Zeit Ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen. doch erfolge mit dem falschen publikum mal poli kleine mädchen gemacht fans mit 30 so 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 dann macht er war dann macht er bei emma und fischel arbeitslos sind sie noch kundschaft darin oder so 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 schaulich ein bild machen so hey optimal lösung da sie ist sie ohmächtig ich fange sie auf ausgezeichnet soll hat er jetzt doch ein bisschen länger gedauert aber jetzt haben wir machen soll es mal kurz hier ist ja auch noch ein paar dinger hier muss ich noch sagen das hat ein bisschen länger gehört als gedacht aber als erfahrungspunkte wo ja und abenteuererfahrungspunkte so dann würde ich sagen wir werden dem part hier ich werde ich werde wahrscheinlich am mittwoch hochladen und dann aber nur dem partner damit hat hier nichts zu lang ist und er sagt ich weiß genau wo wir pullen gehen und zwar in mary pot wo ist büro und erwarte mal muss die klinik muss aber die klinik hier wollen ja für dings hier pullen für sieg wenn sie ist ja die krankenschwester hier entsprechend sollten wir am besten zur klinik gehen fest wenn die klinik war irgendwo und da war hier die klinik ich weiß es nicht ich habe mich lange nicht irgendwo eine quest rein aus versehen wo ja jetzt nicht richtig ich weiß nicht wo die klinik war waren jetzt hier mit aus ich war schon so lange nicht mehr ich weiß gar nicht mehr wo ich hier wollen kommen verwaltungsdruck die klinik der erste eingang na 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 klinik es gab keinen kampf ja diesen dinge mir meine güte nein es ist eine welche klinik mich in zwei minuten findet an sind alle unten ja hier ist der eingang da ist vielleicht da einmal die aufzüge das ding hat der aufzug ich weiß als wir hier waren wir unter egal wo wir da landen produktionstag unter eben ich weiß nicht ob das gut ist aber ich weiß ja nicht immer woanders hin ich weiß genau wo hingehen was wo hingehen wir gehen nicht zum marypot wir gehen direkt zu furinas thron genau hier war da mein gott ist genau wie wir da hinkommen ein bisschen duschenfeuer da genau so eine will ich haben schon lange nichts war durchgehen kann ja ich bin nämlich wieder mit den gatsch ab funktioniert das war euch hier dinge damit wieder hochkommen erst mal ich habe nämlich gemerkt für die die es nicht wissen gatsch ab funktioniert also man kriegt einen fünf sterne gegenstand alle 90 ziehungen beziehungsweise alle neuen 10 erziehungen und ich mache nur zehn erziehungen also alle alle neunziehungen darüber dann gehen wir direkt auf furinas thron gott er wird bestimmt glück bringen ich kann mich ja nirgendwo hier festhalten genau und ja mehr dann gehen wir mal dahin nennen da ist eigentlich voll dämlich aber warum ich komme sonst auch immer dahin schon seit ewig kann ich da gewesen bin aber okay ja jetzt aber da sollte echt ein archiv man dafür geben dass man da hinkommt ganz ehrlich gar nicht so einfach rein zu kommen so alle 90 ziehungen kriegt man einen gegenstand und ich habe gemerkt man kann sich einen verlauf an schauen von den einzigen von den ganzen gatsch erziehungen und ich habe schon 50 jungen gemacht und noch nichts zu bekommen das heißt ich muss nur noch vier ziehungen machen mindestens ich kann natürlich doch früher aber bekommen aber hier sind wir mal nicht das eigentlich vorsehen ist was ich mache aber warum nicht stellen wir uns mal ein fontaine team mehr zusammen um sie bekommen zu heißen dann sitzen wir sie mal hier auf den thron und ausgeseichnet soll merkel kann es ja wohl nicht geben ich habe 28.000 dinger ich habe noch 10 13 dinger ich habe noch nicht meine monatlichen dinger geholt ich habe genug um sie garantiert zu bekommen aber ich will nicht so viel verballern weil die nächste gatscha beinhalten charakter den ich unbedingt haben will so top priority anuel und rosalia ist sie glaube ich habe ich beide schon auf stern sternbild voll das heißt jedes mal wenn ich die bekomme was wahrscheinlich oft sein wird dann bekomme ich kompensation dafür dann kriege ich glaube ich 20 dinger ja für was wir dann eine ziehung ist aber ich hoffe das wird nicht so lange dauern hier mein verlauf sieht so aus ne ich habe glaube ich 50 jungen schon gemacht ne so sehen das ist eine zähne erziehung dann zwei zähne erziehungen aber glaube ich alle chinos net 13 erziehungen wir ja ja ich war barbara bekommen cool ich habe schon 50 jungen gemacht noch nichts bekommen und der letzte charakter war chiori ist der letzte charakter nicht bekommen das zur ewigkeit mehr das heißt ich bin 40 jungen entfernt von ihr oder einen anderen fünf sterne charakter ich hoffe ich verliere meine pd ja nicht mehr damit ich noch genug habe für den nächsten charakter ich hätte gern schon sieg wenn und ich sollte eigentlich noch genug punkte rückblickend später haben da gucken wir mal wie das hier abläuft ich werde auf jeden fall meine vier zungen machen heute also erstmal tue ich meine dinger hier vorbei an meine meine dinger die ich noch da oben rechts haben ja gut sieg wenn ich hätte ich gerne kommen wir mit du bist voll süß ich hätte ich gerne also kommen nach hause jetzt schon mal ich dann müssen die sechs erziehungen gewesen sein so verwohlen aus groß schwertet habe ich schon das normale 6 7 8 9 war nicht gut okay da war absolut damit davon muss ich eine menge haben so auf 16 jetzt kommt die siebte ich glaube ab jetzt die chance schon relativ hoch also wäre es ziemlich gut da manuell die habe ich schon voll aufbekommen das heißt für sie kriege ich eigentlich nur entschädigung also ich habe mehr oder weniger als ein polier zurückbekommen wenn ich sie schon maximiert habe also extra drachen schreit das schwert habe ich nicht und ist da hat mit sicherheit schwert habe ich noch gar nicht weit ach und schrei wo es ist das er weit von feier und blitz im pyro der elektro getroffenen schaden wort das wäre doch voll gut für ching aber diese waffe ok neue waffe nämlich wenn man jemand reinpacken nämlich nicht aus versehen ja von baller oder feuer ich habe ein feuer charakter vorher ein händler prüro meine ich entschuldigung elektro pyro so bellet er wird es immer nicht ja wer für kitzchen dann sieht man hat bei ihr aus wenn ich das schwarze schwert jemand anderen geben kritische treffer wenn solchen dann als schwarze schwert geben ich kann das schwarze geben vor einer man sieht so derbe aus das ding keine ahnung so aber da wir haben gerade andere probleme wir kriegen irgendwie nicht wieder was wir wollen naja jetzt müsst ihr sie eigentlich aber kommen weil ab 18 jungen ist schon die chance erhöht ich müsste jetzt eigentlich genug dinge haben ja eine monatlichen dinge wieder ich glaube da habe ich noch kurz davor glück davon zu haben ja ja wir kriegen auch im laufe des tages so einer blöder okay 80 jungen so wir haben einen gespart wenigstens so jetzt muss es aber auch sie sein um mich vorzustimmen oder weil ich meine pt verlieren genau kein style hatte ich nicht so viel glück letzter zeit das ist irgendwie neu das hat jetzt hier so texte kommen ist aber der war echt ein einpacken müssen in genshin oder honka starwelt untertitel wir müssen unglaublich untertitel hier mal reinpacken wir müssen wirklich mal unter die wir reinpacken ich habe ihn vollkommen vergessen ihn habe ich ja auch noch nicht mal ausgezeichnet zwei neue charakter cool stimmt ihn hatte ich ja auch noch nicht deswegen wollte ich diese ganze ja auch ein bisschen spielen damit ich ihn mal kommen das ist gut gegangen und wir haben 26.000 punkte das heißt ich krieg den nächsten charakter garantiert war mein gott recht genug punkte dafür ab ist hier ihr bild ändern warum und profilbild irgendwas bedecken also ja weil ich neue charaktere das ist aber auch vorher nicht so gewesen ja ja und ich habe wortwörtlich nicht so viele punkte verballert da können wir uns mal gaming an oder gaming weiter glaube ich ausgesprochen hätte auch ein groß schwert würde ich ihnen entgegen es ist gut ausgegangen wir zweieinhalb stunden aufnehmen haben sich definitiv gelohnt ich habe keine waffe für ihn ich bin in die waffe geben ich weiß auch gar nicht ob ich ihn benutze vielleicht irgendwie will ich ihn schon benutzen aber ich habe jetzt setzen feuer groß schwert kämpfer ja hochgelevelt guck mal für verfugnis schwert ich habe so mal besser war natürlich sie ja sie ist der bogen kämpferin und sie ist so putzig so freue ich sie habe und sie kann glaube ich gebrauch machen ich habe mal ihre talente mal angeschaut letztens wenn sie kann glaube ich endlich mal von diesem bogen ihr gebrauch machen naja ich komme kurz den anderen bogen kämpfer sie kann endlich mal den fontaine bogen ihr benutzen weil er bekommt hier gut ich mal hier vorne an und dieser tropfen ist ne wenn fontaine charaktere von team waffen auslösen dann bekommen die diesen effekt extra noch dazu boom deswegen kann ich eigentlich nur ein fontaine charakter geben so ausgezeichnet war und ich glaube sie ist auch nach heilerin deswegen ist das auch perfekt weil der bogen ist irgendwie so war wenn du ap regeneriert dann wird irgendwann aktiviert sehr gut ich habe meinen ersten fünf sterne bogenschützen mehr bekommen ausgezeichnet da wusste jetzt sitzen wir gut und den nächsten charakter den ich unbedingt haben will werde ich auch garantiert bekommen weil ich genug punkte habe ausgezeichnet da dann muss ich mal kurz hier raus wenn wir unsere charaktere anschauen und die animation hier haben ausgezeichnet ausgezeichnet definitiv ein charakter den ich benutzen werde ich meine sonst hätte sie nicht für sie gepultet ausgezeichnet ja mutcher naja er hat sprungang dafür genau er ist herausgekommen hier mit der einen kollegin und da ist die neue metern wie sprungangriffe gewesen da war ich muss mal ich muss ja dings hier spielen ihren testlauf damings haben wir glaube ich schon mal irgendwann gemacht damals deswegen ich habe hier noch nicht gemacht aber die machen wir irgendwann wunderbare drachen erben sah cool war sie so drauf hat da was wir glauben für sieben sind unter kann pv andere figuren hat habe ich alles mal gelesen sagen wir uns mal ihre animation an sie natürlich auch ein einzigartigen bogen ja für den armor bogen hier ja eine pille schlossen war es wird putzig warum ist sie so süß sie hat ja irgendwie eine spritz gab ihre ultimate ist irgendwie eine spritz oder so wie diese eine fee aus aus jogi oh mein gott hat ja nur drei schlüsse ok 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 ich hoffe das ist nicht ein effekt der durch irgendwie durch fähigkeiten oder so bei mir ist aufgefallen alle fünf sterne bogen schützen haben immer irgendwie so zusätzliche schutzfähigkeiten wenn ihren bogen aufladen was vier sterne charakter ja nicht haben die herzen tun irgendwie was machen ich glaube sie skaliert auch auf lp ne was hat da ein lebens was hier mit was mit dem herz mehr man auch schaden sie hat mir eine heilerin deswegen macht sie halt nicht so viel schaden dritte wasserheilerin so was sind diese dinger welche visualis lernen nächstes mal ja gut zwei neue charaktere sagt sagt jemand hat ein bisschen schaden ich würde heute mit sehen so ja da kommt ja leute das spritzt den hintern 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 deswegen macht ja nicht so viel schaden wo ja heute mal viel schaden jetzt kann er wahrscheinlich auch papier oder so mehr api ja definitiv gefällt mir ich hoffe sie erhält auch diesen diesen effekt hier aber sehr gut das fasziniert mich irgendwie am meisten mit dieser zusätzlichen effekte ja die fünf sterne schützen haben sie ist mein erster fünf sterne schütze ich spiele seit ein jahr ich habe noch kein einzigen fünf sterne schützen gehabt da gibt es dann gibt es eigentlich voll viele ja ich habe die jenige konnte aus in jeniger konnte aus dem weg gegangen lena itineria hier lernt hat hat ja wenn sie kann jo war will ich kann jota taklia und ja eigentlich haben aber ihn wollte ich auch haben aber ich konnte nicht riskieren seine links zu lange zu spielen aber ich finde ich auch gaming mitbekommen dabei bekommen habe ihre sprung ja das ist jetzt extra sitz geräusch wegen schwanz hinten nehme ich an okay wunderbar ist es nach plan gelaufen ich habe mehr als genug punkte für den fall dass ich meine nächste pd verliert heißt ja eine neue waffe bekommen zwei neue charaktere relativ guter erfolg gewesen ehrlich gesagt das hat also ein bisschen lange gedauert dauert soll man machen so rollt der ball manchmal ne popo ball aber manchmal ihre animation sehen sie aber auch eines lebens vielleicht auch einen bogen endlich mal für jemanden gebrauchen ich habe die ganze zeit schon ist jetzt schon die ganze zeit auf diesen bogen habe mir gedacht wer kann denn davon gebrauch machen jeder weil kein charakter hat irgendwie weiß nicht irgendwie effekte mit blasen kann hat für ihr ja gut damals etwas lange folgen aber man soll man machen ist ja okay ja ich hatte sich der effekt von dem bogen erhöht damit erhöht sich zwar ihre angriffskraft wird ein bisschen doof ist aber man von anderen bogen solche geben wahrscheinlich einen mit dings hier mit aufladeraten wie in ihr verwohlen ausbogen ich gebe natürlich hier diesen fontaine bogen hier öter schaden er wird noch nicht mal anders kommt also noch besser da muss ich für sie wieder gründen aber ist ja gut dann sage ich dankeschön für zuschauen das hat wieder ein bisschen länger gedauert als gedacht aber was aber machen aber für mich hat sich gelohnt ich habe bekommen was ich wollte ich bin zufrieden wir haben eine quest für fausern abgeschlossen deswegen sage ich danke für zuschauen ich hoffe ich habe diese folge gefallen auch wenn sie ein bisschen lang war dann sehen wir uns beim nächsten mal bei genshin impact ne ich sehe euch dann höchstwahrscheinlich diesmal bei der gart schaden oder wenn ich nur andere legenden aufträge machen mal schauen gut dankeschön wieso schon und ja wir sehen uns dann